so willkommen nach wirklich schon ziemlich lange zeit mal wieder zu einer neuen folge von let's play together battlefield 3 wir haben uns entschieden jetzt montags immer regelmäßig ein paar folgen rauszubringen bis von der battlefield 4 hier die sag mal beta phase beginnt beta phase genau bei uns können das ja der nils der daniel der titsch ich der sebastian eigentlich auch mike spielen nur mike sebastian haben nicht mehr so bock drauf daniel muss sein pc gerade neu machen deshalb haben wir uns entschieden dass wir heute zu dritt sind hat titsche dabei und nils dabei und wir fangen mal an heute mit einer kleinen runde sieber tower und dann beim nächsten mal schauen wir uns mal die neuen addons an die entschieden sind seitdem wir jetzt nicht mehr gespielt haben ich hoffe das gefällt euch soweit und heute nehme ich auf ich komme direkt mal zu dir ich würde sagen gehen wir zu oder sie wird gerade eingenommen er wurde gerade versucht einzunehmen ich habe mir bekommen ach scheiße denn unten habe ich keine waffen munition hat gehabt gut nie da lass mal wieder versuchen als team zu aufzutreten ist da jemand wo ist der tim ich guck mal hinter uns gerade ob da nicht irgendwas ist ich höre mich schon bei dir wie heißt du denn jetzt oben war auf jeden fall einer richtung a bin ich gerade wo sind die denn alle ich wurde gemessert verdammt dieser wohnsohn kann man wirklich nur messen das tut weh ich bin bei a oben es wird wieder bewegt und wird wieder umgebracht ja ich weiß nicht ich bin nur noch am tot sein leben tot sein leben tun bald jetzt ja ok ich gehe rüber zu b b wird glaube ich gerade eingenommen ja dann können wir auch gleich wieder zu c gehen ist doch richtig schlecht hast du die unten gekriegt ja ich habe ein service da für meinen f2000 jihaa ich gehe aber zu c ich gehe wieder oben nach ja nehmen wir doch erstmal b ein b ist er schon eingenommen oder jetzt erst wird es noch eingenommen scheiß heißen viele bei c 7 zu 1 stats gerade wow ich gehe zu Nils ich schreibe einer Tim stop crying das wirst nicht du hinter mir Nils dann musst du früher reagieren verdammt private ich bin doch private was ist Nils weiß ich nicht lady private was ist private weiß ich nicht ach ey wieso spar ich direkt neben einem ja super wer ist ein Auko ich bin zu zäh ist mir scheißegal ok irgendwie hänge ich nein ich habe die Konsole aktiviert ich hänge mach doch was nein nein oh Gott alter Mädel du Fotze lernt schießen meine schießen von oben scheiße ja ich habe ihn schon wieder nur mal bitte rehabilitieren los ich bin nicht da wo du bist ich weiß nicht wo du bist nein ich bin bloß hol mich zurück ins Läden ich bin schon total zurück hier in der Liste vor allem bin ich auch total unzufrieden mit der Waffe eigentlich boah verdammt ey ich bin gleich am sterben ey du Hurensohn bleib doch am Leben oh Granate ich will dich mal aufgehen da bist du beleidigt ey ich wollte gerade echt Shootmania Style über den erstmal drüber springen ey ja ich geh mal zorniert in den Pool nein ich wurde wiederbelebt ey wie geht denn das verdammt ich hab doch auf alle geschossen wie sind die denn nicht gestorben verdammt aber sah cool aus ey Lerma schießen muss F ey wie schlecht ich bin so schlecht ich wechsle ich muss jetzt als was anderes ey jetzt wird C eingenommen ne ey ich bin so schlecht wie C Nils sitzt da so schön neben ihm wird C eingenommen ey ich bin so schlecht heute ich war eben so gut boah wieder so ne alte Waffe mit der ich Spass hatte weißt du dich Spass? ja scheiße ja du sagst Spass und in dem Moment werde ich meiner Spass getötet ey aber PASCHLI GRANARA PASCHLI GRANARA ich bin so auf du gehst du raus das war der Russe in mir da ist einer im Wasser bist du hier irgendwo? ich hab ihn tot Tim wo bist du? da ist einer Tim wo? du bist es ja gar nicht wo bist du denn Tim? das wäre toll wenn du mir einfach mal das du das mitbekommst das darfst du nicht gehen Ich bin entgangen. Tim, C ist voll! Achso, du bist schon tot. Ich wurde vom selben gekillt. Oh, ist das romantisch. Letzte Scheiß. Du bist der letzte Scheiß. Mit der hab ich doch auch viel Spaß gehabt. Wie geht denn das? Wie kann der denn... Was ist denn immer die Feste da oben? Na, also das ist alles nicht, ey. Boah, die sind da oben nur noch am Schreiben. Das hat sich einfach nicht geändert, ne? Ja, ich bin wieder da! Ah, ich bin tot. Ich töte und sterbe. Nemanje! Ey, die Waffe schießt mir viel zu langsam. Ja, ich bin da gar nicht. Ich brauche eine andere Waffe. Ich bin gerade... Ich glaube, ich brauche auch eine andere Waffe. Und jetzt liebe ich doch wieder die... die M5K. Ach, scheiße, ich bin wieder am Leben. Ja, die M5K ist auch deine Waffe, Tim. Das ist die Waffe von ihr. Dein Leben. Dein Herzblut. Die M5K. Die M5K. Tja, wie ist ein paar Kills hier mitgenommen? Die M5K. Die M5K. Die M5K. Die M5K. Die M5K. Nur schon tot sein. Und Nils ist immer unter der Treppe. He, das kann ich gerade nicht. Ach, scheiße. Den habe ich nicht gesehen. Was machst du denn? Unter der Treppe zu joinen ist nicht so toll. Ich hatte keine Munition mehr. Ey, das raffe ich nicht. Ich werde die ganze Zeit gekillt. Oh, Mann. Da bin ich mal dagegen geschossen. Auch in der Mitte. Was war das denn? Ich hab einfach mal so auf gut Glück in die Ecke da unten geschossen. Ja, aber kill-mäßig stehe ich halt nur vor der Teaching. Das ist wichtig. Ja, ich spiele jetzt als Versorger. Willst du schon sehen, wie du vor mir bist. Jetzt werde ich alle 100.000 Kills auf einmal machen. Stirb! Deine Mutter! Die werden immer zusammenarbeiten gewöhnt. Boah, endlich mal wieder einen Kill. Scheiße, die Articu kommen ran. C wird wieder übernommen. Du Hurensohn! Wenn ich auf F drücke, dann schieß... Boah, über einen Prozent sehen. Oh, Heilung! Oh, Heilung! Entschuldigung, aber das kann doch nicht sein, wenn ich auf F drücke! Über einen Prozent? Oha! Oha, wie oft bist du schon gestorben, Tom? Ziel wird wieder übernommen. Oha, wieder Abstand zu Articu aufgebaut. Ja, es ist manchmal dumm einfach, bei den zu joinen, ey. Warum? Wenn ich schon so oft deshalb gestorben bin, weil er gerade umgebracht wird und in dem Moment gucke ich da hin. So. Entschuldigung. Das Spiel ist zu schnell geworden für mich. Du bist so alt geworden. Du hast die einzige Erklärung, Tim. Bist nicht mehr die... so knackig. Oh, Mann! Da auf den Kopf gezielt, ey. Kann ja auch wirklich sein, dass es zu schnell ist. Das ist... Was da nicht mehr geht. Ah! Es ist so viel auf einmal! Du musst einfach nur nicht dran gewöhnen, gerade. Das ist das Problem. Weil, welches Spiel ist denn so krass? Ich meine, Shootmania finde ich eigentlich einen Tick krasser. Da geht es eigentlich mehr ab. Ja, nicht mal zwei Kills. Ja, ja. Geist, das geht gerade ab. Ja, wieder zwei Kills. Zweimal Doppel-Kill. Alter, wieder Doppel-Kill. Was geht denn da? Boah. Gießt die aber auch nicht auf mich? Habt ihr mich nicht gesehen? Oder was? Wann hat es jetzt weiter? Komisch. Maaah! Und wieder einen. Boah, jetzt geht es los. Ja, Nitz geht gerade voll hoch mit den Kills. Ah, scheiße. Ey, dieser Lemur-PL ist nicht normal. Der ist definitiv nicht normal. Das ist 100 pro ein Cheater. 5, 6 zu 11 Stats, das geht nicht. Der schießt einmal und ich bin tot. Der schießt einmal und ich bin tot. Juhu, ich konnte endlich mal einen besser. Wie ist der Typ? Die Lemur, ja der erste halt von unserem gegnerischen Team. Ey, das gibt's nie. PL 1 2 2. Das ist nicht normal, was er da war. Der bessere ist zu machen. Also, wir haben das ein Landziel erobert vor. Wir haben das ein Landziel erobert vor. Wir haben das ein Landziel erobert vor. Guck mal, guck mal schon wieder hat der mich getroffen. Das geht nicht. Ja, mich jetzt auch. Das kann nicht sein. Der kann doch nicht die ganze Zeit treffen. Vielleicht nicht auf diese eigenen Leute schießen. Meine Fresse. Boah, das muss so gerade raus. Ich war gerade wütend. Weißt du, ich hab einfach nur Dauersch geschossen gemacht. Ich hab da gewonnen. Taub. Aber ich kann nicht zielen. Ich bin nicht gut drauf, ey. Wir müssen echt mal meinen, also mich mal aufnehmen. Mann! Bam! Einfach mal alle gekillt, die da waren. Und natürlich, von wem werde ich dann getroffen? Von diesem Hurensohn Lemur. Wie schlecht bin ich eigentlich? Boah, egal. Schreibt man denn hier nochmal eine Nachricht? Was ist das? Schreibt man denn hier nochmal eine Nachricht? Ja, gar nicht. Dann hab ich. Oh, jetzt bin ich auch. An der Seite! Ah. Als Grundschlaf gehabt, sorry. Ach, sorry. Darf ich natürlich nicht haben, das ist ja tödlich. Ey, jetzt mal ernsthaft, wie schickt man denn nochmal eine Nachricht an? Ist doch egal. Du musst dich jetzt doch nicht hier rumböbeln. Entschuldigung, das nervt mit diesem Lemur. Ernsthaft. Das nervt einfach. Das ist dasselbe wie damals mit diesem anderen Hurensohn. Ich melde den auch gleich. Das ist bestimmt auch einer aus Polen. Entschuldigung, weil ich jetzt irgendwelche polnische Mitbürger verletzt habe. Das ist doch knapp gerade, ey. Wir sind alle schon eng beieinander, ne? Vor den Punkten und Kills her. Vor den Punkten und Kills her. Aber wir führen. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ey, wenn ich noch einmal von diesem Lemur für den 1-2-2 gekillt habe. Nein, du hast mehr Kills als ich. Habe ich mehr Punkte. Ich habe mehr fürs Team getan. Ey, das nervt. Das nervt langsam mit diesem Lemur. Ey, ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Ich bin unter dem Stuhl, ey. Nein! Wir haben verloren. Ja, warum wohl? Wegen diesem Hurensohn? Guck doch mal. Das ist doch nicht mehr normal. 96 zu 14 Stats. Ich fahre dafür, dass wir das jetzt... Wie lange haben wir das nicht gespielt? Halbes Jahr? Ach, sauerlang. War das auch nicht mal ganz nett gewesen, würde ich sagen. Ich fand das saugut. Falls ihr es cool fandet und falls ihr die Idee gut findet, dass wir jetzt einfach montags immer weitere Folgen rausbringen, halt auch mal die anderen Addons uns anschauen, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge oder bei einem anderen Let's Play. Ich fand es gut. Ich auch. Macht's gut. Und bis dahin. Ich geh mir aber hier raus. Also ganz ehrlich, geh nicht mal rein.